Für den ambulanten Einsatz waren Übersichtlichkeit und Benutzerfreundlichkeit ein entscheidendes Ziel bei der Gestaltung des Displays der BD Bodyguard Infusionspumpe. Unser letztes Video enthielt eine Anleitung zur Einstellung Ihres Programms für die Infusion. In diesem Video werden die Kontrollen während der laufenden Infusion und das Beenden einer Infusion erläutert. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Für weitere Informationen zu Warnmeldungen für Infusionen und deren Fehlerbehebung klicken Sie unten, um das nächste Video anzusehen.